Musik Yo, hallo Party People, wir sind heute wieder im Club Nightlife in Senden. Heute begrüßen wir die EM 2012. Heute sind alle mit dabei, sexy Sucker Girls. Dann die ganzen Torwärter, wir haben auch ein Tor heute hier. Ich würde mal vorschlagen, dass wir einen Mädel mal einfach mal so auf gut Glück schießen lassen. Mal schauen, ob sie trifft. Los Mädel, schieß! Rhythm is a desert, it's a stone's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind, join us. You can feel it in the air. Whoa, it's a passion. Whoa, you can feel it in the air. Whoa, it's a passion. Whoa, oh, oh. So, die EM-Spielerfrauen sind heute auch extra ins Nightlife gekommen, nur um heute hier Party zu machen. Das ist eine EM-Free-Party 2012. Wir begrüßen Sie alle. Herzlich Willkommen. Bis zum nächsten Mal. Super ilk beruf. Sitzung wurde der Inge- swirl, in Thrones-Palest You can feel it, you can feel it, you can feel it, you can feel it, rhythm is a death, so So, ich habe eine Frage, warum haben Sie das Spiel abgepfiffen, was war los? Ja, der Poldi, der war nicht so, weißt du, der hat es einfach nicht drauf. Nicht drauf? Wieso hat er denn gemacht? Ja, der kann nicht mal den Elfmeter richtig schießen, der fällt voll daneben. Boah, der Poldi, ja? Weiß ich auch nicht. Also, ihr habt es gehört? Wir gehen weiter Party machen. 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 Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Vielen Dank.